So Freunde, wir sind wieder in Red Dead Redemption und es geht heute wieder um eine Herausforderung, nämlich um die Waffenexperten-Herausforderung Nr. 6. Ich weiß jetzt gar nicht, heißt sie überhaupt Waffenexperte. Mal eben drauf gucken. Jo, Waffenexperte. Und da interessiert uns die Nr. 6. Wir müssen vier Gegner gleichzeitig mit einer Dynamitstange umlegen quasi. Ich habe mich dafür begeben an den Van Horn Trading Post. Ich zeige euch das mal eben kurz auf der Karte. Ihr seht das hier, also wir finden uns im Äußersten, ja nicht im Äußersten, aber auf jeden Fall im Nordosten der Karte. Und ja, irgendwie bekommt man hier nicht ganz so schnell ein Kopfgeld und vor allem kommen hier nicht ganz so schnell Gesetzeshüter. Ich weiß jetzt gar nicht genau wieso, dann haben wir mich noch gar nicht mit auseinandergesetzt, ob das vielleicht so weit auslistert, die da nicht kommen. Ist mir aber auch wurscht. Auf jeden Fall geht es da ganz gut klar. Ich habe hier eh schon Kopfgeld, das war mir dann eigentlich wurscht. So und inspirieren lassen habe ich mich dabei von einem anderen Video. Allerdings hat sein Weg bei mir nicht geklappt und das war auch nur ganz kurz, irgendwie nur eine halbe Minute. Und auch wenn ich weiß, dass ich teilweise bei Videos zu viel labere. Ich hasse das persönlich total, wenn jemand bei Videos gar nicht spricht und es auch gar keine Erklärung dazu irgendwie gibt, warum, weshalb, weswegen. Ich meine klar, bei dem Abschlachten von den Typen hier kann man sich da zusammenreiben, das warum, weswegen. Aber egal, es hat nicht funktioniert und ich hätte mir gern ein wenig mehr Erklärung gewünscht. So und er hat bei sich halt einfach ein Zimmer gemietet hier in diesem Van Horn Trading Post und hat dann von hier oben einfach dann Leute von der Balustrade weggebimselt. Und hat dafür gesorgt, dass dann die Stadt gegen ihn aufgebracht war. Und letzten Endes hat er dann einfach so lange gewartet, bei ihm war es aber instant, dass hier vier Leute auf die Treppe gelaufen sind, beziehungsweise hier auf diesen Balkon, auf diesen Überhang hier, wie auch immer man den Scheiß jetzt nennt. Und dann hat er einfach ein Dynamit geschmissen und die waren platt. Habe ich aber gestern tatsächlich locker anderthalb Stunden probiert und irgendwann war ich so frustriert und genervt und habe dann aufgegeben nach dem zigsten Mal Laden. Allerdings ist mir aufgefallen, dass die Kollegen immer, wenn ich hier rumgeballert habe, alle aus dem Saloon rauskamen. Das heißt, ich habe mir gedacht, der ist also wahrscheinlich schön voll. Und habe mich dann hier einfach mal reinbegeben. Und sehe dann schon, alles klar. Ach, guck mal hier, der hat mich beklaut jetzt wahrscheinlich, das passt. Ist mir aber egal. Interessiert mich jetzt nicht, weiß nicht, was der mir geklaut hat. Ihr seht, hier sind auf jeden Fall genügend Leute am Start. Und jetzt stellen wir uns mal so ein bisschen in Nähe der Tür, dass wir nämlich möglichst auch die Sache überleben. Also, ich bin dabei gestern einfach gestorben. Ich hatte aber keine Fälle bei und nichts, deswegen war mir der Tod dabei. Egal, aber ich versuche natürlich trotzdem das hier für euch im Video so nachzustellen, dass man das Ganze auch schafft, ohne dabei drauf zu gehen. Wir nehmen also jetzt einfach hier Dynamit raus und visieren einen an. So, dann geht das schon los. Wir sind schon alle jetzt gegen uns gleich. So, zack, Dynamit rein. Einfach raus. Zack, fertig. Vier von vier Gegner mit einer einzelnen Dynamitstange. Die sind jetzt alle gegen uns hier. Wenn wir es schaffen, können wir natürlich jetzt hier noch flüchten. Aber, und ich brache dazu jetzt direkt ein nächstes Video. Ihr könnt auch hier jetzt, wenn es eh schon einmal brennt, sofort die Waffenexperte 7 töte den, töte, mein Gott, hier mit dem Tomahawk da. Töte vier Gegner mit dem gleichen Tomahawk. Ihr wisst, was ich meine. Also, wir gehen da mal eben drauf. Die kann man, wenn man eh schon hier alles am Start hat und Palawa am Arsch hat, kann man die direkt mitmachen. Und dafür würde ich euch einen Zielsuchenden empfehlen. Aber das können wir ja dann im nächsten Video schauen, wenn es euch interessiert. Bis dann. Ciao.